Warum ist es wichtig beim Daytrading, dass man persönlich betreut wird und sich nicht einfach nur eine Ausbildung kauft und dann auf eigene Faust loslegt? Warum ist das wichtig? In diesem Video wirst du genau lernen, warum es so wichtig ist. Also bleib bis zum Ende dran. Viel Spaß mit dem Video. Viele bieten ja eine Ausbildung an, ohne den Schüler zu betreuen oder verlangen durch Massenmeetings, Seminaren, eine enorme Summe an Geldern, um damit, wie man schon sagt, Massen abzuwälzen, abzuarbeiten, durchzubringen und damit das meiste Geld zu verdienen. Ganz einfach. Was anderes ist es nicht. Der Einzige, der dort profitiert, ist einmal der Coach und eventuell auch derjenige, der am lautesten schreit. Aber das kennen wir ja auch alle aus der Schule. Der eine ist eher der Ruhige, der andere wiederum einer, der etwas aufdringlicher ist, schreit, streckt, nennen wir es mal so, wie es ist. Und so sind wir nun mal alle verschieden. Und der, der wirklich die Hilfe benötigt, der bleibt auf der Strecke stehen, da man dort nicht jeden abfertigen kann. Jetzt kommt das Geschrei. Ja, aber man profitiert von den Fragen anderer etc. Das ist nur bedingt richtig, da muss man aufpassen. Nicht jede Frage kann ich bei jedem Schüler gleich beantworten oder die Frage ist anders gemeint. Wie gesagt, wir kennen es doch alle. Was ist 7x7? Richtig, feiner Sand. Und genau so kann man sich das dann auch in solchen Ausbildungen, Veranstaltungen, Coachings einfach vorstellen. Jeder Charakter ist unterschiedlich. Und so muss ich als Coach auch mit jedem einzelnen Charakter umgehen. Keine Persönlichkeit gleicht einer anderen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, ja, auch recht hoch, dass der Schüler auch nicht erfolgreich wird. Weil ihm die direkte persönliche Betreuung einfach fehlt. Das ist so. Ein kleines Beispiel. Der Markt wird auf jede Person anders. Die Person hat da Angst einzusteigen. Die andere steigt alle drei Sekunden neu ein. Der eine kann locker mit 1000 Dollar umgehen. Der andere bekommt schon Panik, wenn es 100 Dollar sind. So muss man es sehen. Was auch verkehrt ist. Man bekommt alles auf einmal hingeschmissen. Zehn Strategien. Und der Schüler soll alles auf einmal kennenlernen und verstehen. Ja, fragt euch das mal. Wie geht das? Wie soll das denn funktionieren? Er muss ja erst mal das System überhaupt verstehen, was er dort bekommt. Am Anfang dann vielleicht erst ein, zwei Strategien, eine Strategie und mit dem erst mal klarkommen. Ja, das ist wichtig. Da es sonst wirklich zu Verwechslungen kommt, das muss man wissen. Das heißt einfach gesagt, er vermischt die Strategien untereinander. Ja, also die Strategie mit der Strategie, die andere mit der Strategie und ist am Ende komplett überfordert. Und der Frust kommt dann und es geht ganz recht schnell. Und genau das macht dann keinen Spaß mehr. So ist es. Die Börse macht dann keinen Spaß mehr. Das Trading macht mir keinen Spaß mehr. Zu viel auf einmal und ein Fail Trade folgt einfach den anderen. Das ist nun mal leider auch einer der Hauptgründe, warum viele bei der Börse schon aufgegeben haben, aufgeben oder nicht erfolgreich sind. Ich kann euch auch nur um eines bitten. Hört euch zu vergleichen. Auch wenn ihr es wirklich vielleicht nicht so meint. Ja, aber das ist trotzdem in eurem Unterbewusstsein verankert. Ja, es ist tief drin. Denn ihr könnt euch nicht mit einem anderen Trader, Traderin vergleichen, da er wirklich oder sie auf einem ganz anderen Wissensstand ist, auf einem ganz anderen Level. Ja, und auch ganz anders mit dem Markt umgeht. Ganz anderes Verständnis, ja. Wenn er weiter ist wie du, dann kommst du dir nur dumm vor und verzweifelst, weil der andere vielleicht auch viel kürzer dabei ist. Aber so ist es an der Börse. Der Charakter muss der Börse angepasst werden und nicht der Markt an die Person. Merkt euch diesen Satz, der ist ganz wichtig. Und das ganze Thema ist nur ein kleiner Teil, warum es wichtig ist, dass man eine persönliche Betreuung hat beim Trading. Ja, danke, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Für weitere Fragen etc. einfach unten in die Kommentare rein. Kontaktiere mich. Gib mir einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Channel. Aktiviere die Glocke, damit du keine weitere Folge verpasst bzw. Videos verpasst. Jeden Mittwoch um 19 Uhr kommt immer ein neues Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.